oh da sind wir wieder und machen natürlich gleich wieder hier und da weiter mit unserem lustigen gesprächspartner ist noch da ja da bin ich wieder wir machen mal richtige rechtschreibung wieder so dieses wieder geschrieben sieht so viel scheiß aus so okay so haben wir ganz kurz hier hat er keine keine boden schätze außer kohle dahin außer kohle in kenyan der map-gen ist wie sagt man wenn er geizig ist ich finde ein absolutes wort für geizig weil geizig klingt so langweilig ist egal geizig nur kohle folgenden monster kann sein dass der server ein bisschen ausgelastet ist eigentlich nicht mit server habe gerade getragen was sie diese roten punkte da im gestein aber klar hier ist ein stein monster gerade noch davon gesprochen dass die kinder monster gibt und schon kommt einer ich sag ja ganz schön wir kriegen bis jetzt durch die monster schon mehr eisen als durch die hülle selber aber pinkel mir bitte nicht auf den kopf so gucken ob sie noch ein bisschen was gibt ne 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 geht es wieder hoch ok gut also da in die die richtung schon mal nicht dann gucken wir mal weiter in die richtung hier mit den feldern ist das dein haus mit den feldern oha also hier geht es langsam wirklich steil runter jetzt muss ich aufpassen dass wir hier uns nicht mussten wir aufpassen dass wir hier auch ein weg haben wir uns wieder raus bauen können zur not boah helder gut ich mach dich mal daran damit ich hier nämlich den stein bekloppen kann ist mein wir können ja schon mal so ein paar tipps geben ne mein let's play house vielleicht vielleicht können wir ihn ja mal auf die pferde springen dass ich doch wolker bin also anders gesagt dass wolker ich bin also ronix klingt ja eher nach ronny als wolker von daher ist ja das hier mein ära name ja das mit den feldern meine antwort auf das vorhin kam wohl etwas später oha immer diese lags also meine schätze kommen sofort ja gut alter bis vorhin geht's denn hier runter Aber wenn ihr unsere Felder gefunden habt, dann müsst ihr auch den Eingang zur Höhle gefunden haben. Das heißt, der müsste uns vielleicht bald sogar schon begegnen kommen. Cool, irgendwie dauert es voll, wenn ich antworte. Naja, cool ist anders. Anders, doch richtig geschrieben. Also, sehen wir richtig. Oder? Doch. So, gucken wir mal. Mir geht jetzt noch schon langsam die Fackeln aus. Aber wir haben da mittlerweile ein bisschen Kohle gefunden. Oh, wir hatten ja sogar Kohle dabei. Okay, komm, ich mach mal erstmal hier nochmal weg hier. Ich mach nochmal nach da. Beziehungsweise ich mach erstmal dichter hin. So, dann holen wir uns nochmal... 40 Stöcker, sollte reichen erstmal für den Anfang. So, dann machen wir uns erstmal ein bisschen ein paar Fackeln hier. Ja, komm. Bei Fackeln kann man eigentlich nicht genug haben. Äh, so, 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 so. Easy. Left the game, join the game. Welcome back. Wo war das schlau? Ich hab keine Ahnung. Ich mach mal hier. So. Achso, ähm, mal lieber dicht weg. So. Kann man nämlich hier so raus und dann in die Richtung springen. Guckt man wieder raus. Bin wieder da. So. Alter, geht der immer tiefer hier. Und immer noch kein Eisen. Ey, wie geizig kann ein Map-Gen eigentlich sein? Alter, wir sind schon, genau wie tief, aber gefühlte sind wir schon ultra tief. Ich meine, man sieht ja so, guck mal, der Name hier bewegt sich, wenn ich mich bewege, also jetzt bewegt er sich, aber wenn ich mich bewege, bewegt er sich gar nicht. Das heißt, ne, ne, Satz-Betange-Sohn, äh, auf jeden Fall, wenn man sich, wenn ein Punkt, wenn man sich selbst bewegt, und der andere Punkt sich nicht bewegt, dann muss er schon sehr weit weg sein. Und je nachdem, wie nah er ist, dazu stärker bewegt er sich. Ne, sieht man ja hier. Der Stein hier bewegt sich, wenn ich mich jetzt nach links bewege, ganz dolle nach rechts. Der Stein da hinten bewegt sich nur noch ein bisschen nach rechts. Ne. Und der Stein da ganz hinten bewegt sich kaum noch nach rechts. Und so kann man halt Entfernungen abschätzen. Und er da oben muss also schon sehr relativ weit weg sein. Das heißt, wir müssen schon relativ tief sein. Und trotzdem gibt es noch keine Mineralien. Das ist ja... Betrug ist das. Voll die Fackelverschwendung. Ja, wir könnten... Wir... ...kommen... ...zurück... ...ist gleich... ...welcome... ...er schnauzt jetzt hier. Digga! Alter, gleich hier volle Möhre? Alter! Oh, wir haben nun ein Holzschwert. Ach, leck mich doch. Wir brauchen stärkere Waffen. Ich muss mal noch mal ganz kurz hier nach... ...mich in Sicherheit bringen, damit ich immer ein paar... ...ääh... ...weck damit. Oh, Steinschwert, alter. Ich glaube, es hackt. Was... 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 Was hat mich denn da geritten? Hat mich gar nichts besseres, oder was? Ähm... Ja, guck. Machen wir hier nochmal hier. So. So. Haben wir jetzt überall vier. Eins, zwei, drei, vier. Vier, vier. So. Jetzt gibt es Krieg. Du hast es so gewollt. Du kriegst den Krieg. Du kriegst den Krieg. Auch geil. Wo bist du? Arschgeburt. Nee. Du hast dich jetzt nicht gespawnt, oder? Du kleiner Hurensohn. Oh ja, hier geht es wirklich nicht weiter. Okay. Arschloch. Ist einfach gespawnt. Da greift er mich schon an und da greift er in die Flucht. Was ist das für ein... Peinlicher Peiler. Oh Mann ey. Also irgendwie ist die Höhle doch nicht... Äh, ich dachte irgendwie, ne? In der Höhle jetzt hier kriegen wir voll die Ressourcen und so. Aber irgendwie ja gar nicht. Hier ist schon wieder eine Canyon, die immer nach oben geht. Wir können uns ja mal hier unten lang bewegen am Canyon. Guck mal da. Das ist ein Stahlviech. Ich sag ja... Wir kriegen ja durch die Monster mehr Eisen, äh, als durch die Höhle selber. Ich hab jetzt aber schon... Schon vier Eisen bekommen. Das ist doch bescheuert. Oh Gott. Der Map-Gen, ey, der ist echt ultrageizig. Und die Höhlen scheinen auch nicht so tief runter zu gehen. Ja, jetzt geht's wieder nach oben. Ah, hier ist ein bisschen Silber. Oder... Ne, Zinn. Brauch ich das Zeug? Eigentlich nicht, ne? So, es ist Zinn. Tatsächlich Zinn. Na gut. Na gut. Also nicht mehr, was irgendwie wertvoll ist. Weil Zinn haben wir ja schon an Mass. Also mehr als wir brauchen. Derzeit. Äh, und hier geht's wieder hoch. Oh, ist doch... Ne, funktioniert nicht. Schizzle, de Dizzle, de Dizzle. Gut, das heißt, die Höhle war ein kompletter Reinfall. Das ist natürlich ultra schade. Dann kann ich ihm wieder den ganzen Fackeln abbauen. Ja. Das ist natürlich traumatisierend, aber gut, was soll's. Oh, er kommt runter. Oh mein Gott. Ja, Spinne, leck mich halt. Thanks. So, wir wollen hier wieder verklappern. Brauchen wir denn nicht mehr. Na gut, hier würde ich bei den Treppen vielleicht so im Dunkeln stehen. Gar nicht so gut. Ah, ach Mann. Caps Lock. Ah, blöööö. Chan. Hallo Chan krieg besser. Wow. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Tja, da war die Höhle echt ein kompletter Reinfall Ist das traurig Oh, ist das traurig Hallo, kommen wir jetzt wieder rauf? Da kommen wir rauf Okay, sehr schön Warum gibt es keinen Kleiderschrank? Es gibt einen Ständer Also nicht meinen, sondern einen zum bauen Kräften Wie wieso? Okay Tja, es ist natürlich schade, dass die Höhle ein kompletter Reinfall war Irgendwie Ach echt, hätte ich nicht gedacht Kommen wir jetzt her Ups, dunkel in Berlin Irgendwie scheint da doch gar nicht mehr drauf zu sprechen zu kommen Ob ich irgendwie Walker kenne Irgendwie so Schade eigentlich Ich dachte Da können wir jetzt eigentlich auch schon fast auflösen Dass wir Silber Walker sind Ach was, nee, komm Wahrscheinlich fragte ich uns ja gleich über irgendwelche Sachen, die wir ihnen geben können Und so was, nee, die war nicht Ach, hier geht es direkt wieder an die Oberfläche Danke dafür Gut, können wir die Fackel hier gleich mal abbauen Hopp Easy So, damit hat sich die Höhle hier komplett alledet Da können wir die auch mal zubauern Das bringt denen ja leider gar nichts So, easy Wie heißen ich denn da auf Englisch? Äh Stand Oh, gute Frage, wir hätten die Dinge auf Englisch Doch, stand, genau Aber stand So, die Frage ist Machen wir jetzt viel weiter Ich glaube, wir machen jetzt erstmal wieder eine Folgenpause Okay Bin mal wieder Code off So, und dann sehen wir uns wahrscheinlich dann mal zur nächsten Folge gleich wieder Es dürfte mittlerweile eine Viertelstunde wieder rum sein Weiß ich gerade gar nicht so genau Ähm, aber kann man nicht nur Rüstung drauf machen Mehr Kleidung gibt es ja auch nicht als Rüstung So, also ja Ich will mal die Viertelstunde drücken Funktioniert aber bei meinem Test leider nicht Why ever Ja, in dem Sinne Bis morgen dann Ja, in dem Sinne 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 Vielen Dank.